Vielleicht kennst du das Gefühl. Das Gefühl, dass etwas in dir ist, was man ausgesprochen werden muss. Du aber nicht gehört wirst, weil du stumm bleibst. Es zwischen den Zielen kommt an Dringlichkeit, während du an Mut verlierst. Und irgendwie wird du jeden Tag auf ein Strich und ausgesprochenes bleibt, die Distanzierung zwischen dir und deinem Vis-a-Vis grösser und die Chance, sich zu verstehen, kleiner und kleiner. Darum lass uns die dumpfe Stille durchbrechen. Lass es uns besser machen. Lass uns hinstellen, füreinander einstehen, uns ausdrücken, lass uns miteinander reden. Bedürfnisse sind da, zum ausgesprochen werden und ich bin da, zum mich deinen jetzt widmen. So sprich es aus. Ich lasse dir zu. Ich würde dich gehören. Ich würde dichisc 84 machen. Ich würde dich Mmbrech wünsch sein. Bisになりました. Bis zum nächsten Mal.